Das ist ein guter Grund, weil wir heute so früh spielen, dass es immer richtig aus euch rausgeht, ein bisschen mitgeht. So weit man das natürlich bei einer Akustik... So. Leon. Okay, dann werde ich... Ich würde sagen, ich spiele erstmal den Song, danach stoßen wir alle zusammen an. Ich stoße jetzt mal vor, für die Band. Cheers! Liebe der Griecher! Liebe der Griecher! Cheers, Trüppach, wollte ich sagen. Mir ist es nicht eingefallen. Im Trüppach sind wir natürlich. Okay, wir haben einen Song für euch. Der Song heißt Sweet Obsession. EVERYBIN pigeon ist parte. Das ist das, was ich so Spaß gemacht haben. Das ist das Gleiche. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020